Herzlich willkommen zum heutigen Webinar von Unitronic über Unistream und Unilogic. Wenn du Fragen hast, gib sie bitte in Echtzeit in das Fragefeld ein. Heute werden wir also über Unistream sprechen, die Hardware, die und Unilogic, die Programmierumgebung für Unistream-Controller. Jetzt Unistream. Unistream hat drei verschiedene Familien, drei verschiedene Zeilen, wenn du so willst. Das erste ist das modulare Unistream-Design. Und hier kombinieren wir eine HMI, eine CPU, IO-Module und COM-Module zu einer Einheit zusammenfügen. Du kannst die Bildschirmgrößen sehen, die dort aufgelistet sind. 7 Zoll, 10,4 Zoll, die in einer Multi-Touch-Version erhältlich sind und eine 15,6 Zoll große HMI. Das sind die Touchscreens. Die CPU lässt sich auf der Rückseite einrasten. Das kannst du auf dem Bild links sehen. Und alle IO- und COM-Module wird auch auf der Rückseite der Tafel einrasten. Sie kann auf eine DIN-Schiene erweitert werden. Bei Bedarf an zusätzlichem IO. Okay. Als nächstes kommt die eingebaute Serie. Hier siehst du die drei verschiedenen Controller-Größen, die HMI-Größen, ein 10.1 Zoll, ein 7 Zoll und ein 5 Zoll. Bereits integriert, im Gegensatz zum modularen Design, haben diese Controller also On-Bord-IO. Das IO ist also auf der Rückseite des Panels eingebaut. Und das kann auch auf eine DIN-Schiene erweitert werden, wenn zusätzliche IO benötigt wird. Sie sind ideal für kleine Schränke, die nicht sehr tief sind. Füge eine hinzu. Du bekommst all deine IO an Bord, all deine Kommunikation an Bord, in einer einzigen Einheit. Das letzte Gerät, das ich dir vorstellen möchte, ist die Unistream-PLC oder die Standalone-PLC. Das Bild ist rechts zu sehen. Es ist nur eine SPS. Richtig, es gibt sie in einer Version mit IO oder ohne IO und du kannst die Einheit auf der rechten Seite erweitern. Die HMI oder der Bildschirm kommt in Form eines IoT-Gerät wie ein Mobiltelefon, ein Tablet, ein PC oder ein HMI. Richtig, der Verbindungstyp ist eine VNC-Verbindung. Du programmierst also die Bildschirme im Inneren des Controllers. Du kannst mit deinem Smartphone, Tablet oder PC auf diese Bildschirme zugreifen. Und wir nennen das eine virtuelle HMI. Dies ist eine gute Option, wenn die SPS in einem Schrank sein muss oder wenn du nicht so oft auf die HMI zugreifst. Wenn kein HMI benötigt wird, kannst du einfach die SPS-Version von Unistream verwenden und erhältst die gleiche Funktionalität. Es bleibt dennoch gleich. IO-Kompetenzen, Leiterfähigkeiten und so weiter. Es ist also eine gute Option für solche Projekte. Okay. Das war also eine Einführung in die verschiedenen Unistream-Controller. Betrachten wir Unilogic. Die Softwareumgebung. Und so programmierst du die Controller, um Aufgaben auszuführen oder Dinge auf der HMI anzuzeigen. Neue Software ermöglicht die Programmierung von Unistream-Controllern. Richtig. Es ist eine Software, mit der du deine SPS- und Kontaktpläne, deine HMI, all deine IOs und all deine Kommunikationsmittel programmieren kannst und jede deiner Bewegungen, wie mit Servos oder VFDs. Lass uns nachsehen. Am Anfang der Software. Das nennen wir das Band. Alles klar? Und es gibt Aufgaben, die nichts mit dem Programmieren zu tun haben, wie zum Beispiel das Herunterladen, Online-Modus hochladen, Kommunikation mit deinem Gerät herstellen. Du kannst deine Tags oder dein Gedächtnis des Controllers importieren und exportieren und sie in Excel bearbeiten. Hier gibt es einige Debugging-Optionen und einige Befehle unter Unistream-Management, wie das Einstellen der Uhr, das Zurücksetzen der SPS, das Aktualisieren der Firmware und mehr. Es gibt zusätzliche Registerkarten im Menüband für die Hilfe, also die Hilfedatei und Beispielanwendungen, und dann wird der Bereich Tools aktualisiert. Mit dem Projekt. Beim Navigieren in deinem Projekt aktualisiert sich das Menüband und zeigt oben zusätzliche Optionen an. Das ist also dein Band. Auf der linken Seite ist der Lösungsfinder. So navigiert man durch sein Projekt. Du wirst alles sehen von der Hardware-Konfiguration, bei der du deinen Controller und alle I.O.-Modelle definierst, mit denen du arbeitest. Alle Bewegungsgeräte wie Servo oder VFD werden dort ebenfalls definiert. Kommunikation, Leiter und HMI, Web-Server, die Uni-Cloud, das ist das Cloud-Angebot von Unitronic, bis hin zu einigen fortgeschrittenen Funktionen wie Datentabellen, Trending und E-Mail-Versand, SQL und mehr. So leitest du dein Projekt. Wenn ich in die Leiter gehen möchte, erweitere ich die Leiter und ich kann zu einer Funktion navigieren. Und hier ich werde meine Netze von Leitern sehen. Ich kann auch zum HMI gehen und zu einem HMI-Bildschirm navigieren. Richtig. Meine Auswahlentscheidung. Das Projekt aktualisiert. Und ich kann zwischen diesen Teilen des Projekts hin und her wechseln. Und so navigierst du. Unten in der Software befindet sich die Tag-Datenbank beginnend mit System Global und mehr. System sind also Systemstrukturen. Das sind vorkonfigurierte Tags, die eine festgelegte Funktion haben. Wenn ich also in die allgemeine Struktur gehe, ich sehe, es gibt ein Always-Off-Bit und ein Always-On-Bit, ein Low-Battery-Bit. Und wenn ich weiterschaue, gibt es ein Touch-Bit, eine X- und eine X-Band-Koordinate, wo der Nutzer den Bildschirm berührt und mehr. Daher sind alle diese Tags vordefiniert. Funktion zu Ihnen. Richtig. Das ist dein System. Tab. Wenn ich zu Global gehe, das ist die Erinnerung an das Projekt. Dies sind alle Tags, die in dem Projekt verwendet werden. Alles klar? Hier haben wir zum Beispiel eine Anzahl von Kappen, eine Fördergeschwindigkeit, ob die Kappung gerade stattfindet oder nicht und mehr. Deshalb sind hier alle Projekt-Tags aufgeführt. Und wenn wir das Tag brauchen, können wir es in der Software oder hier in der Tag-Datenbank hinzufügen. Und wenn ich einen neuen Tag hinzufüge, gebe ich ihm einen Namen. Wir nennen das hier Hier kann ich den Typ festlegen. Ist es ein Bit, eine ganze Zahl, eine ganze Zahl ohne Vorzeichen, eine echte Zahl, eine Zeichenkette oder etwas anderes? Hier gibt es viele Datentypen. Wir können Arrays definieren. Wenn wir mehr als eine Schaltfläche benötigen, zum Beispiel 10 Schaltflächen, können wir ein Array von Schaltflächen definieren. Wir können wählen, ob der Tag beibehalten wird oder nicht. On Power Cycle, das heißt, er behält seinen Wert über einen Power Cycle und wir können hier einen Power-Up-Wert definieren. Sollte dieser Tag vielleicht in einem Zustand von 1 oder 0 einschalten. Wir können speichern und das Tag wird der Tag-Datenbank hinzugefügt. Richtig. Sie ist jetzt bereit, um im Projekt verwendet zu werden. Timer haben ihre eigene Registerkarte. IO verfügt über eine eigene Registerkarte für IO. Trucks definieren einen neuen Datentyp. Ich kann eine neue Struktur hinzufügen und sie Pumpen oder Pumpe nennen. Ich speichere und kann jetzt Mitglieder zu meiner Struktur hinzufügen. Nehmen wir an, dass ich zuerst einen Namen für meine Pumpe brauche. Nun, das wird eine Schnur sein. Richtig. Sie besteht aus ASCII-Zeichen. Und nehmen wir an, die maximale Stringlänge ist 10. Ich kann etwas hinzufügen. Nehmen wir an, ich möchte einen Sollwert für meine Pumpe. Dies wird eine ganze Zahl sein. Bitlänge 16. Ich werde meinen Standpunkt darlegen. Vielleicht ein echter Zeitdruck. Auch bei der Einführung von 16 kann ich es hinzufügen. Vielleicht ein bisschen Alarm. Bei Pumpenalarm. Und zum Schluss ein, ein, aus. Ich möchte wissen, ob die Pumpe läuft. Wir haben den neuen Datentyp Pumpe definiert. Und sie hat diese 5 Typen in sich? Richtig. Es handelt sich um eine Gruppe von gemischten Daten. Ein Name, ein Zielwert, ein Druck, ein Alarmbit und ein Ausschaltbit. Wenn ich hier navigiere, wird die Struktur erstellt. Die wahre Stärke von Structs ist, dass sie ein Typ sind. Alles klar. Es handelt sich noch nicht um einen Tag. Ich kann zur globalen Ebene zurückkehren. Und ich kann einen neuen Tag hinzufügen. Sagen wir Pumpe, yo. Ich kann den Typ herunterklappen und anstatt ein Bit oder eine ganze Zahl auszuwählen, kann ich bis zum unteren Ende der Liste scrollen und meine Struktur auswählen, die ich mit dem Namen Pumpe erstellt habe. Ich kann sie hinzufügen und Pumpe 1 wird zu meiner Tagdatenbank hinzugefügt. Ich kann auch Pumpe 2 hinzufügen und schließlich Pumpe 3. Und ich kann weiterhin Pumpen hinzufügen, wenn ich möchte und sie würde diese Liste weiter ergänzen. Richtig? Und beachte, dass sie alle Pumpentypen sind. Wenn ich also Pumpe 1 eingebe, für Pumpe 1 wurden 5 Tags erstellt. Name, Sollwert, Druck, Alarm und Status. Das gleiche gilt für Pumpe 2. Richtig? Ich habe die gleichen 5 Tags, nur sind sie für Pumpe 2. Auch hier verkürzt die Wiederverwendbarkeit deine Entwicklungszeit erheblich. Richtig? Du kannst diese Pumpen je nach Bedarf wiederverwenden. Du kannst auch andere Strukturen erstellen, zum Beispiel für Aufzüge oder für Heizkessel oder so weiter. Richtig? Was auch immer du in deinem System verwendest. Okay. Einiges zu Strukturen. Hier ein wenig über die Tagdatenbank. Wir wollen unsere Leiter betrachten. Hier ist also unsere Leiter. Ich kann heranzoomen, ich kann rauszoomen, ich kann verschiedene Funktionen haben für verschiedene Teile. oder zu organisieren. Richtig? Und auch nach Bedarf anzurufen. Und ich kann meine Leiter mit dem Werkzeugkasten auf der rechten Seite bauen. Die Toolbox hat alle meine Elemente, um meine Leiter zu bauen. Richtig? Und die Toolbox ist inhaltsabhängig. Wenn ich also zum Beispiel zur HMI navigiere, wird mein Werkzeugkasten auf HMI-Element, rechts- oder Bildschirmelemente aktualisiert. Beim Betrachten der Leiter kann ich mit Netz einst durch direkten Kontakt starten. Durch klicken und ziehen. Ich kann auch doppelt klicken. Ich kann klicken, halten und ziehen und Dinge parallel anordnen. Und die Software hilft mir, die die letzteren Elemente. Und ich kann hier am Ende wieder eine Spule einbauen. Grundelemente sind meist Kontakte und Spulen. Wir haben hier vielleicht mehr Vergleichsmöglichkeiten als vorne. Und wenn ich in die rote Leere klicke, werde ich aufgefordert, einen meiner Benutzertags zu verlinken. Ich kann auch einen neuen Tag mit dem Stiftsymbol erstellen. Sagen wir, ich wollte meine Pumpe verlinken, die und sagen, dass mein Sollwert größer ist als der meiner Pumpe. Drug. Ich habe bestimmte Bedingungen zum Einschalten der Pumpe. Richtig. Und du kannst deine Leiter nach Bedarf ausbauen. Richtig. Hier gibt es kein oben oder unten, kein links oder rechts. Ich kann weitermachen. Auf der rechten Seite und wir können sehen, dass sich das Netz gerade nach rechts ausdehnt und wir können weitermachen. Wie erstellen wir einen One-Shot? Das wäre hier ein positiver oder negativer Übergangskontakt. Um die Pumpenaktivierung zu erkennen, sage ich Pumpe 1. Ich kann Pumpe 1 mit ausverknüpfen und das wird mir sagen, wann die Pumpe ursprünglich gestartet wurde. Es wird einmalig Strom übertragen, wenn die Pumpe eingeschaltet wird. Sagen wir, ich wollte erkennen, als ein Alarm geschah. Richtig, ich bräuchte einen positiven Übergang. Link Pumpe 1 und das Alarmbild. Bei Alarm erfolgt die Machtübergabe. Wir können eine Leiter nutzen, um die Schalter der Ausgänge zu betätigen. Oder vielleicht Alarme auf der HMI oder physische Alarme, richtig, wie Hupen oder Lichter, Warnleuchten. Du bist hier sehr flexibel. Alles klar? Wenn ich die Leiter loswerden wollte, ich kann einfach markieren und löschen. Jetzt lass uns zum HMI gehen. Die Toolbox wurde erneut aktualisiert. Mit Heikämie Elemente. Richtig? Alles von Tasten zu Bildelementen, Graphen und Metren, Medien wie Video oder PDF Viewer, Zeitplanblöcke rechts, um die Uhrzeit und das Datum anzuzeigen und mehr. Und um eine zu verwenden, können wir einfach klicken, halten und ziehen. Die Elemente auf den Bildschirm. Wir können doppelklicken und die Elemente werden hinzugefügt. Es ist eine mehrschichtige Anzeige, sodass Inhalte übereinander dargestellt werden können. Du kannst die Elemente auch löschen. Zum Hinzufügen eines neuen Bildschirms, rechts klicken Sie auf Modul 1 und wählen Neuer Bildschirm. Und Bildschirm 1 ist erstellt. Wir haben hier also eine leere Leinwand. Wir können das Design ändern für den Bildschirm. Richtig. Vielleicht ein Blau. Und wir können die Farbpalette hier verwenden. Vielleicht ändern wir sie in gräulich. Richtig. Dann fügen wir die Schaltflächen hinzu die Schaltflächen hinzu zu unserem neuen Monitor. Auch hierbei nach Auswahl eines Elements das Eigenschaftsfenster des Elements wird befüllt. Im Moment ist also Knopf 3 ausgewählt. Drei Schaltflächeneigenschaften werden im Eigenschaftsfenster angezeigt. Sie enthält alles vom Namen des Buttons zur Hintergrundfarbe die Randfarbe, den Stil und mehr. Du kannst die Position hier ändern. Ich möchte auf Aktionen hinweisen. Richtig. So wird ein Element hat eine Touch-Eigenschaft. Ich kann also eine Aktion zu dieser Schaltfläche hinzufügen und das sind die Dinge, die passieren, wenn man sie drückt. Ich kann eine neue Aktion hinzufügen. Und die Optionen sind hier aufgelistet. Mit einer Taste kann ich ein Bit setzen, ein Bit zurücksetzen, ein Bit umschalten, eine Zahl inkrementieren oder dekrementieren, einen Bildschirm laden, den letzten Bildschirm laden und mehr. Ich kann viele Dinge per Knopfdruck tun. Sagen wir, ich möchte ein Stück setzen. Vielleicht möchte ich mein Button Bit setzen, das ich vorher erstellt habe. Das kann ich auf Druck machen. Vielleicht kann ich es auch in einen Schalter umwandeln, sodass es sich ein- und ausschaltet, wenn ich drücke. Vielleicht möchte ich wissen, wie oft der Knopf gedrückt wurde. Genau, ich kann hochzählen. eine Nummer, sagen wir, das ist mein Anzahl der Tasten. Jetzt werde ich die Zahl jedes Mal erhöhen, wenn die Taste gedrückt wird. Und zum Schluss möchte ich vielleicht noch einen Bildschirm laden. Ich kann den Ladebildschirm über das Aktionsmenü auswählen und zu dem gewünschten Bildschirm navigieren. Wenn der Knopf gedrückt wird, auch hier gibt es wieder viele Tasten und Aktionsmöglichkeiten, wenn du eine Taste drückst. Ich kann eine kreisförmige Anzeige auf dem HMI anbringen und das Eigenschaftsfenster für die kreisförmige Leere erscheint. Richtig? Und beachte, dass ich die kreisförmige Spurweite angeben kann. Die Handlung ist nicht auf Tasten beschränkt. Es kann sein, dass fast jedes HMI Element eine Aktion haben kann. Richtig? Viele von Ihnen unterstützen das. Ich könnte das Layout der Kreislehre wählen. Vielleicht eine halbe? Mond. Ich kann den Stil wählen. Richtig? Du kannst aus vielen Stilen wählen. Ich muss einen Tag verlinken. Richtig? Sagen wir Ich wollte. Macht der Pumpe einen Druck. Jetzt ist mein Tag mit diesem Element verknüpft. Und die Nadel wird sich mit dem Druck bewegen. Okay? Hier siehst du, wie leicht sich HMI Bildschirme erstellen lassen. Sie ist schnell. Es gibt Snap to Element Optionen. Richtig? Du kannst sehen, wie die roten Linien erscheinen. Hier oben gibt es Optionen zum Ausrichten. Richtig. Vielleicht sollte ich diese drei Elemente nach links ausrichten. Richtig? Und ich möchte sie vertikal verteilen. Ausrichtungswerkzeuge erleichtern die Organisation deiner HMI. Auf eine saubere Art und Weise. Ok. Hier gibt es also eine gute Frage. Wenn ich zu Teilen meines Projekts navigiere, rechts, wirst du die neuesten Teile findest du hier oben auf der Seite. Richtig. Ich war also in meiner Funktion als Leiter, am Abfüllsieb und beim Verschließen tätig. Messgeräte und mehr. Richtig? Nehmen wir an, ich möchte meine Funktion 1, also meine Leiter und meinen Abfüllbildschirm gleichzeitig sehen. Kein Problem. Ich kann klicken und halten abfüllen und verschieben und es fügt sich aus dem Projekt. Ich kann das jetzt auf einen zweiten Bildschirm legen und gleichzeitig meine Leiter und mein HMI programmieren. Richtig? Es ist eine sehr schöne Funktion, dass du deine HMI und deine Leiter gleichzeitig sehen kannst. Das schaffe ich auch mit nur einem Bildschirm. Seite an Seite stellen und ich kann meine Leiter und mein HMI nebeneinander sehen und ich kann meinen Sichtbereich anpassen, indem ich vielleicht einige von ihnen minimiere. Ich kann sie sogar anpinnen oder entpinnen um meinen Platz zu maximieren. Ich kann mit dem Mauszeiger darüber fahren und sie neu pinnen. Beim Anklicken eines Wortes aktualisiert sich die Toolbox. Richtig? Wenn ich also ein Leiterelement brauche, kann ich mein Leiterelement nehmen und es abstellen. Und wenn ich ein HMI-Element brauche, klicke ich auf das HMI und ziehe eine Schaltfläche und ich kann wieder gleichzeitig programmieren. Richtig, sehr nützlich. Es gibt also eine weitere Frage. Haben wir irgendwelche Vorlagen Optionen? Das tun wir. Wir haben hier also Themen Optionen. Wenn du also an deinem HMI bist, werde ich das einfach noch einmal machen. Wenn du auf deinem HMI bist, kannst du auf die Registerkarte hier oben in deinem Menüband gehen und deine Themen öffnen. Und es gibt ein Standardthema, aber du kannst auch zusätzliche Themen hinzufügen. Richtig? Sobald du ein Thema hinzufügst, kannst du Standardfarben hinzufügen und andere Dinge zu den HMI Elementen. Jemand ist, wenn diese Sitzung aufgezeichnet wird. Sie wird aufgezeichnet, also werden wir sie nach der Sitzung verteilen. Alles klar? Um ein Video zu verlassen, klicke ich auf das X. Ganz oben. Richtig? Und es wird loswerden meine kürzlich besuchten Teile des Projekts und bringen mich nur auf meine Leiter zurück. Okay, ich möchte nur ganz kurz auf die Hardware Konfiguration eingehen. Im Lösungsexplorer Hardware Konfiguration haben wir die Controller Modell Auswahl. Richtig, ich nutze einen 10 Unistream. Wir können hier unser I.O. hinzufügen. Unsere I.O. Module werden mit einem Doppelklick auf jedes I.O. Modul auf der Rückseite des Panels der HMI hinzugefügt. Ich kann einen Erweiterungsadapter hinzufügen und es wird mich auf eine DIN-Schiene und ich kann weitere I.O. Module hinzufügen. Das ist also im Wesentlichen das, was du sehen würdest. physisch. Richtig, aktuell sind zwei Modelle hinten und der Rest auf einer DIN-Schiene. Ich kann Dinge dazwischen setzen. Wenn ich also ein Modul dazwischen einfügen möchte, ich lege sie ab. Es aktualisiert sich. Es ist nicht so, dass du alles entfernen und neu machen musst. Richtig, du kannst Module dynamisch hinzufügen. Alles klar? Für jedes I.O. Modul, das ich hinzufüge, unten in der Software, unter dem Reiter I.O. Hier befinden sich deine Tags für I.O. Module. Richtig, Also dieses erste I.O. Modul hier ist dieses Modell hier. Und wenn ich in die I.O. gehe, dieses Modell hat 8 Eingänge und 8 Ausgänge. Richtig? Und wenn ich in die Eingänge gehe, gibt es alle 8 Bits für meine digitalen Eingänge. Ich kann einen Alias hinzufügen, vielleicht meinen. Ventil oder so ähnlich. Richtig? Und wenn ich es dann in der Leiter verwende, kann ich meinen direkten Kontakt nehmen, ihn ablegen und direkt auf das I.O. Modul verweisen. Richtig? Und sie befinden sich hier. Richtig? Ich kann mich direkt auf meine Eingaben beziehen oder auf den Alias Namen. Richtig? Wenn ich es also Ventil nenne, das ist mein Alias Name. Und wenn ich mit dem Mauszeiger darüber fahre, zeigt es dir, die Eingabe, auf die sich der Name bezieht. In diesem Fall Modul 1 Eingabe 0. Solange der I.O. Block nicht im Projekt verwendet wird, kannst du ihn mit einem Rechtsklick löschen und und wird sie aus dem Projekt entfernen. Weiter das Ethernet I.O. Hier kannst du deinen Ethernet Adapter hinzufügen und füge jedes Ethernet I.O. hinzu, die du brauchst, alle Module, die du brauchst. Und auch hier gibt es wieder Strukturen unter I.O. für Module und so referenzierst du sie auch im Projekt. Wenn du eine Bewegung hast, wird diese unter Bewegungsantriebe hinzugefügt und du kannst sehen, dass Servoantriebe hier hinzugefügt werden. Auch hier handelt es sich um Servoantriebe von Unitronic. Füge dem Projekt eine hinzu und definiere den Motor, mit dem du arbeitest. Es wird ergänzt. Richtig? So einfach wie I.O. Alles ist abgebildet und bereit für die Verwendung in diesem Video. Wir bieten spezielle Servo-Webinare an, auf die du dich beziehen kannst. Das gleiche gilt für die VfD. Wenn ich zur VfD gehe, kann ich dem Projekt eine VfD hinzufügen und der VfD ist definiert und kann im Kontaktplan mit den Kontaktplan Werkzeugen zur Steuerung des VfD verwendet werden. Das ist also ein bisschen was über die Hardware? Als nächstes möchte ich ein kurzes Beispiel für einen UDFB oder benutzerdefinierten Funktionsblock geben. Bis jetzt haben wir alles in Funktion 1 gemacht. Wir werden eine sehr einfache Funktion für unsere Pumpen bauen. Wir werden sagen, dass wir die Pumpe einschalten wollen, wenn der Sollwert größer ist als der aktuelle Druck. Ich werde eine Funktion hinzufügen und sie Pumpensteuerung nennen. Und innerhalb der Funktion werde ich eine Funktion indefinieren. Unten in der Software, wenn ich zur Pumpensteuerung navigiere, können wir Dinge in und aus dieser Funktion übergeben, tags ein- und ausgeben. Ich würde gerne einen Tag namens Pumpe erstellen unter Strich UDFB und und Schrift wird meine Pumpenstruktur sein und ich werde speichern. Also such die Funktion jetzt nach einer Pumpe. Jetzt kann ich meine Leiter ausbauen. Zuerst ein Vergleich. Ich werde größer als sagen und wenn die Pumpe unterstrich UDFB Sollwert ist größer als der Pumpe unterstrich UDFB Druck. Dann werde ich eine Spule unter Strom setzen das Ein-Aus-Bit. Richtig? Also sage ich wenn der Sollwert den Druck übersteigt schalte die Pumpe ein. Wenn ich jetzt zu meiner Funktion 1 gehe ist diese Pumpensteuerung ein neuer Funktionsblock genau wie die Funktionsblöcke in meinem Werkzeugkasten. Es wird auf den Input des Nutzers angewiesen sein. Wenn ich also darauf klicke es festhalte und ziehe ich sehe dass es hier in Netz Nummer 1 auftaucht und nach einer Eingabe sucht. Ich kann meine Pumpe eine Struktur Druck den Sollwert das Alarmbit und das Ein-Aus-Bit für diese Pumpe. Und ich kann sie für Pumpe 1 Pumpe 2 wiederverwenden und Pumpe 3. Und das war ein sehr einfaches Beispiel. Aber du kannst die Leistung hier sehen. Du kannst deinen eigenen Funktionsblock bauen und ihn so oft wiederverwenden wie du willst um ihn zu wiederholen. Wiederholungskontrolle. Richtig. Auch hier könnte es sich um einen Kessel, ein Förderband oder etwas anderes handeln, das dir einfällt. Wenn du Wiederholungen hast, kontrolliere, dass du DFB ist eine tolle Funktion. Als nächstes möchte ich dir ein benutzerdefiniertes Steuerelement zeigen, das auf diesem Beispiel aufbaut und das wird auf der HMI sein. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Gruppe von HMI-Elementen, die du auf einer deiner Seiten verwenden kannst. Ich füge ein neues Custom-Steuerelement hinzu. Und ich werde dies meine Pumpe Pumps Custom Control und genau wie bei der UDFB gehe ich hier zu den beschreibbaren Parametern und füge eine Funktion oder einen beschreibbaren Parameter zu diesem benutzerdefinierten Steuerelement hinzu. Ich nenne es meine Custom-Pumpen-Steuerung und ich werde den Typ herunterschrauben. Der Typ ist die Pumpe, die wir vorhin erstellt haben. Und das werde ich mir merken. Und jetzt ist der beschreibbare Parameter eine Pumpe. Richtig? Jetzt Elemente zum benutzerdefinierten Steuerelement hinzufügbar. Sagen wir also, wir möchten zuerst den Sollwert oder vielleicht sogar, ja, den Sollwert mit einem Zahlenfeld anzeigen. Richtig? Ich werde das oben links einfügen und für die Eigenschaften wird das Tag, das es enthalten wird, meine Pumpe sein. Unterstrich CC Sollwert und lass uns ein Messgerät direkt darunter setzen, um es zu zeigen, den aktuellen Druck. Ich nehme einen runden Maßstab. Rundspur, die ich hier verkleinere. Und hier, im Tag, werde ich meine Pumpe mit dem Unterstrich CC verlinken. Druck. Richtig? Deshalb zeige ich jetzt meinen Sollwert im Zahlenfeld an, den Druck in einem Manometer-Format. Ich werde es ein bisschen aufhübschen, damit es ein bisschen besser aussieht. Ich ändere den Stil. Fortschrittlich. Ich könnte hier einige Bereiche ergänzen. Vielleicht ist 0 bis 50 grün. 50 bis 75 mach gelb. Und 75 bis 100, wir können rot machen. Die Farben wurden dem Maßstab hinzugefügt. Richtig? Es gibt auch weitere unerwähnte Optionen, wie die Anpassung der Beschriftungsfarbe. Vielleicht machen wir daraus eine schöne, weiße. Die Beschriftungen wurden entsprechend aktualisiert. Richtig! Perfekt. Wir haben nun unsere eigene Steuerung. Das ist erstmal gut. Ich kann hier oben auf die Registerkarte HMI gehen. Ich kann die Größe optimieren und es verkleinert die benutzerdefinierte Steuerung. Genau richtig, um das Nötige zu zeigen. Jetzt lass uns zur HMI gehen und das auf den Bildschirm bringen, denn im Moment ist es nur ein benutzerdefiniertes Steuerelement, das nirgendwo verwendet wird. Ich füge einen neuen Bildschirm zur Demonstration hinzu. In der untersten Toolbox finde ich mein benutzerdefiniertes Pumpensteuerelement. Und ich kann es auf den Bildschirm bringen. Und ich kann so viele auf den Bildschirm bringen, wie ich will. Richtig? Auch hier ist der wiederverwendbare Faktor. Richtig? Das spart wirklich Entwicklungszeit. Einige Elemente wiederverwerten. Für jedes Element kann ich eine eigene Pumpe verlinken. Und es wird nach der Struktur gesucht, die ich bereits verlinkt habe. Also Pumpe 1, Pumpe 2 und Pumpe 3. Richtig? Alles, was hier gezeigt wird. Das Praktische am eigenen Steuerelement ist, dass ich es für Änderungen wie das Hinzufügen einer Schaltfläche direkt nutzen kann. Vielleicht wollen wir es hier ein bisschen größer machen. Die Höhe beträgt jetzt 250. Okay. Die Höhe hier ist vielleicht 300. Okay. Jetzt haben wir Platz für unseren Button. Ich werde die Schaltfläche auf der HMI oder der eigenen Steuerung vielleicht ist das eine Start-Stop-Taste. Und wenn ich zu Bildschirm 2 zurückkehre, die Schaltfläche wird zu jedem der drei benutzerdefinierten Steuerelemente hinzugefügt. Richtig? Wenn du also wieder Elemente zu diesen Kontrollen hinzufügst, wird alles aktualisiert. Okay. Das ist eine eigene Steuerung. Die SPS unterstützt das Hosten einer Webseite. Richtig. Und im Moment haben wir einen Web-Server aktiviert und hier sind einige der Webseiten. Ich werde schnell Google Chrome öffnen. Und ich werde dir die Webseiten zeigen. Im Moment ein Webseiten aufgerufen. Und es ist wichtig zu beachten, dass diese Webseiten über einen Webbrowser aufgerufen werden können. Richtig? Und hier ist eine Anmeldeseite. Du kannst sehen, dass es Logins, Zeit und Datum hat. Ich kann mich einloggen und durch meine HMI-Seiten navigieren. Ich kann Änderungen vornehmen, als ob ich vor dem HMI stünde, direkt auf der Webseite und sie wird die Tags akzeptieren. Es ist wichtig zu wissen, dass für die Webseiten kein HTML-Code erforderlich ist, oder? Du wirst es hier oben in der Toolbox sehen. Es sind viele der Elemente, die auch auf der HMI verfügbar waren. Richtig? Und mit diesen kannst du deine Webseite ausbauen. Elemente. Richtig! Wie bei deiner HMI. Sie ist also viel schlanker, viel einfacher als die Codierung in HTML. Richtig? Nein, da sind keine Kenntnisse erforderlich. Es gibt eine praktische Funktion. Um HMI-Seiten in Webseiten zu konvertieren. Richtig! Sagen wir, diese Abfüllseite möchte ich auf der Webseite, ich kann mit der rechten Maustaste klicken und auf den Web-Server exportieren und es wird die Seite in eine Webseite umwandeln. Wenn ich nach unten scrolle, ich habe jetzt meine Abfüll-Webseite und hier ist sie braucht vielleicht ein bisschen bei der Neugestaltung der Elemente rechts ist etwas Platz, der nutzbar ist. Richtig, sie ist sehr sauber. Um deine HMI-Seiten in Webseiten umwandeln zu können, das ist der Web-Server. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die Sprachen. Hier im Lösungsexplorer kann ich also zu den Sprachen gehen. Die Standardeinstellung ist derzeit Englisch. Das kann im Optionsmenü geändert werden. Aber angenommen, ich will eine Sprache hinzufügen, oder? Angenommen, ich möchte ergänzen, Französisch, ich kann auf OK klicken. Ich habe nun eine Französisch-Option zum Anklicken. Und du wirst sehen, dass jedes Element in meinem Projekt das Text enthält in dieser Sprache ist Abschnitt hier. Richtig. Ich habe meine Englischkenntnisse und dann eine Spalte für Französisch, um die Sprache zu konvertieren. Richtig. Und ich kann eingeben die französische Version von Button 1 hier. Richtig. Wenn du lieber in Excel arbeitest oder das Video an einen Übersetzer schicken möchtest, kannst du im Menüband auf die Registerkarte Sprachen diese Sprache nach Excel exportieren und alle Konvertierungen in der Excel Spalte für Französisch vornehmen. Richtig. Wenn du fertig bist, speichere die Excel-Datei und importiere sie dann wieder in das Projekt. Die Sprachumwandlung ist hier also sehr einfach und du kannst viele Sprachen zum Projekt hinzufügen. Du bist nicht auf zwei Wörter limitiert. Wir könnten noch eine hinzufügen. Vielleicht sollten wir hinzufügen Spanisch und Türkisch und Russisch. Wir können alle hinzufügen. Richtig. Und sie sind alle hier und du kannst für jede eine Excel-Datei erstellen. Ich exportiere und importiere einfach die Excel-Datei. Okay. Ich möchte die Kommunikationsoption kurz erläutern. Wenn ich zur Registerkarte PLC Kommunikation wechsle, wir haben zuerst physische Verbindungen. Richtig. Das sind die IP Adressierung, die Einstellungen für die serielle Schnittstelle und die Einstellungen für den Canbus Anschluss. Richtig. Und dann haben wir noch die Registerkarte Protokolle. Alles klar. Und hier legst du verschiedene Protokolle fest, für den Controller zu kommunizieren. Also beacnet IP wird unterstützt, OPC SNMP, Modbus, MQTT, FTP, Ethernet IP, kann nicht öffnen und 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 mehr. Richtig. Ich werde also schnell einen Ethernet IP Scanner zeigen. Richtig. Wir unterstützen den EDS Import, also den elektronischen Daten Blatt. Richtig. Ich kann also auf den Importknoten von EDS klicken und ich werde eine Ethernet IP EDS Datei eines Drittanbieters importieren. Richtig. Dies ist eine Cognex Kamera. Richtig. Ich importiere sie. Und sie ist jetzt erstellt. Richtig. Ich kann hier die IP Adresse des Geräts hinzufügen. Und ganz unten in der Software unter IO wurden die Tags für dieses Gerät hinzugefügt. Das sehen wir hier unter Eingaben. Es ist ein Array von 502 Bytes. Und dann unter den Ausgaben ich glaube hier ist es das gleiche. Ja, also das gleiche. Aber das EDS stellt die Kommunikation automatisch her, oder? Die Tags werden erstellt. Sie hat die richtigen Größen und die richtigen Hinweise. Also sehr einfach in ein EDS oder in ein Ethernet IP Scanner. Richtig. Und wieder musst du die IP Adresse des Knotens hinzufügen. Das ist für mich 10.2.2.102 oder 101. So etwas in der Art. Und deine Verbindung oder deine Einrichtung ist jetzt abgeschlossen. Dose öffnen. Das gleiche. Richtig. Du kannst öffnen. Knotenpunkte aus EDS Dateien. MQTT ist ein Allgemein Es handelt sich um ein IoT Protokoll. Richtig. Aber das ist sie. Denn es ist ein Protokoll mit geringem Overhead für die Kommunikation mit Cloud Plattformen Datenbanken und mehr. Richtig. Im Wesentlichen wird es also einen Makler geben, der alle Daten sammelt und wir können Themen beim Broker veröffentlichen und wir können auch Themen vom Broker abonnieren. Ein Broker kann ein Cloud Service sein, eine Datenbank oder ein Stück Hardware wie ein Controller. Es ist ein sehr beliebtes Protokoll, das immer beliebter wird und sehr einfach zu benutzen ist. FTP File Transfer Protokoll ist ein Protokoll zum Senden und Empfangen von Dateien. Wenn du zum Beispiel am Ende des Tages einen Bericht erstellst und diesen an einen Server senden möchtest, ist FTP eine gute Option. Wenn du aktualisierte Rezepte auf deinem Controller haben möchtest, könnten wir auch aktualisierte Rezepte erhalten von a FTP Client oder Server. Es ermöglicht den Dateienaustausch. OPC steht im Allgemeinen für Streuplattformen rechts oder Datenerfassungsplattformen. Das ist weltweit beliebt. BACnet ist in der Gebäudemanagement-Branche sehr beliebt. Wenn du also in einem Gebäude bist, sammelt ein BACnet Explorer Daten und zeigen, dass Daten auch hier erfolgt die Sammlung über BACnet. Als letzte Kommunikationsoption möchte ich SQL hervorheben. Wenn du mit einer SQL-Datenbank kommunizieren möchtest, können wir Abfragen an diese Datenbank senden. REST-APIs werden unterstützt. Wenn es einen API-Server gibt, möchtest du Um Daten so zu erhalten, ist es möglich. Datentabellen und Datenstichproben werden unterstützt. Protokolltabellen, Rezepte oder vielleicht eine Login-Option dort. Die Datenerfassung liegt im Trend. Und ganz schnell, ich zeige dir einfach ein HMI von einem 10,4-Zoll-Gerät, das ich auf meinem Schreibtisch habe. Es ist ein Demo-Projekt geladen. Ich könnte hier die Tendenz zeigen. Hier ist ein Beispiel für den Trend. Ich kann den Trend stoppen und den Punkt überprüfen auf der HMI und ich kann weitermachen oder den Trend fortsetzen. Diese Verbindung hier ist eine VNC-Verbindung. Der Grund, warum ich sie schnell zeige, ist, dass die Unistream-PLC sie für den Zugriff auf die HMI-Seiten verwenden wird. Richtig? Das Gerät ohne Bildschirm verwendet also wieder eine VNC-Verbindung. Das ist das enge VNC, das ich jetzt benutze, um auf die Seiten des HMI aus der Ferne zu Dies ist auch auf Smartphones, Tablets, PCs oder VNC-fähigen HMIs möglich. Okay, VNC-Verbindung. Jemand hat danach gefragt. Es ist eine virtuelle Netzwerkverbindung. Richtig? Sie ist in der Branche sehr beliebt. Sie ist nicht spezifisch für Unitronics. Wir unterstützen Server und Client. Richtig? Wenn der Unistream also ein Server ist, können andere VNC-Clients auf die Seiten zugreifen. Mein Controller fungiert gerade als Server. Mein PC fungiert als Client, der die HMI anzeigt. Wenn ich eine Unistream verwenden möchte, um eine andere HMI anzuzeigen, vielleicht einen Bildschirm zu duplizieren, wird eine Unistream als Server eingerichtet, die andere als Client, und du kannst diese HMI duplizieren. Es ist wichtig zu beachten, dass ich hier eine Auswahl treffe. Auf meinem PC die eigentlichen HM-I-Updates. Das ist also die HMI, die derzeit auf meinem PC dupliziert wird. Können wir VNC aus der Ferne nutzen? Ja, das kannst du sicher. Richtig? Du kannst es über ein Netzwerk machen. Richtig? Du kannst es per Mobilfunk oder Wi-Fi machen. Du brauchst ein bisschen Netzwerk-Hardware. Richtig? Die Uni wird also bald in einem Netzwerk sein müssen und der Datenverkehr muss in Form eines VPNs oder einer Port-Weiterleitung zugelassen werden. Richtig? Aber wenn du dich mit deinem IT-Team oder demjenigen, der dein Netzwerk eingerichtet hat, unterhältst, können sie dir sicher helfen. Du kannst auch unser Support-Team anrufen. Auch dabei helfen wir gerne. Apps, die wir empfehlen würden, für den PC, würden wir TideVNC als Test empfehlen. Es ist ein kostenloser Download. Für das Smartphone oder Tablet sind, der VNC-Viewer ist eine gute Option. Real VNC ist eine gute Option. Es gibt auch kostenpflichtige funktionale Optionen. Richtig. Aber alles, was ich bis hierhin erwähnt habe, ist nur ein kostenloser Download im App-Store oder im Web. App-Store Okay, an dieser Stelle werde ich also eine Pause machen und die Fragen vorlesen. Wenn du Fragen hast, kannst du sie jetzt gerne in das Fragefeld eingeben. aus. Das ist das eine Überlegung der vorlesen. Das ist